Hallo Sportsfreunde, ihr seht mich jetzt hier auf dem RAF von ASVIVA. Das perfekte Rudergerät, wenn es darum geht, Latissimus, Rumpfmuskulatur, Rücken- und Beinmuskulatur zu trainieren. Ihr kennt es aus dem Fitnessstudio, das ist euer Rudergerät für zu Hause. Besonders angenehm wird es durch die hochgelagerten Rollen unterm Sitz und die schwere Schwungscheibe macht ein effektives Trainieren möglich. Und alle Details und alle Funktionalitäten schauen wir uns jetzt mal an. Durch das moderne Design passt das Trainingsgerät perfekt in jeden Haushalt. Ein weiteres Highlight ist neben der komfortablen Bedienung der übersichtliche Bordcomputer. Nach dem Workout kannst du dein Trainingsgerät natürlich auch wieder ganz bequem verstauen. Und jetzt viel Spaß beim Training!